Was ist denn du da? Was ist denn da? Dann kannst du wegrennen. Nee, sie schaut hin. So ihr lieben Maus-Mäuseliebhaber. Ich drehe jetzt die Maus um. Hier, so. Beweis, jetzt kannst du wegrennen. Nein, tut sie aber nicht. Also kann ich es auch nicht ändern. Mimi hat eh die Interesse daran verloren scheinbar. Und was soll ich jetzt mit der Maus tun? Die ist ja so gut wie tot eigentlich. Hier. Schaut. Dann tue ich sie weg von der Mimi. Obwohl die ja gar keine Interesse mehr dran hat. Nicht mich beißen, bitte. So. Setz sie mal dahin. Aber die lebt ja eh kaum mehr. Na. Na, lauf. Na komm, lauf. Nein. Soviel zum Thema, dass der Katze entreißen die Maus. Die hat eh keine Chance mehr. Die lebt ja eh nicht mehr. Sobald sie mal am Kragen gepackt worden ist. Von der Katze. Ja gut. Also ich lass jetzt mal da liegen. Die Mimi ist schon wieder auf Streifzug. Wo ist sie denn? Na, Mimi? Was machst du da? Hm? Was machst denn du da? Na da, Mhm? Ja. Na nument.